Einen wunderschönen Tag zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Argo Survival Toy I Volto mit zwei Buschmännern. Der eine verhungert, der andere läuft rum. Ich bin's nicht, der verhungert. Ja, aber ich. Okay. Ach ne, ich will mich jetzt nicht mit dem anlegen. Hast du Angst? Weil ich ein bisschen sammeln muss jetzt. Was musst denn du sammeln? Ich hab ja in den Wald geschissen. Nichts Neues. Ja, Fasern brauch ich ja auch. Rostockfasern und so. Ja, ja. So, wir sind jetzt... Also, unser Plan ist jetzt so... Eigentlich wollten wir Ill suchen, aber im Moment wollen wir unsere Dschungel aus... Dschungelrüstung basteln. Deswegen suchen wir Haubentaucher. Also, ich sag... Ich weiß nicht... Ich kenne... Ich weiß den Namen nicht mehr von den Viechern. Ich sag immer Haubentaucher, weil die so aussehen wie Haubentaucher. Du und deine Enten. Alter. Enten. Ente. Nenn ich bei den Simpsons. Ente, 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 Ente. Wer weiß, die Simpsons kamen wahrscheinlich daher. Du laberst Mumpitz. Ja, ha, ha, ha. Du redest Mumpitz. Du doch auch. Durchgehend. Durch die Bank weg. Du auch. Ja. Ich überleg grad. Was überlegst du? Was ich überlegen soll. Ja, okay. Und ich bin zu meinem Schluss gekommen, mir nix zu überlegen. Gut. Dann ist gut. Finde ich gut. Ah, guck mal. Hier, Johnny. Das Johnny. Johnny war freundlich. Johnny war friedlich zu mir. Alter, hier kommt aber jetzt alles. Dino-Party. Ei, 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 ei. Geh weg, du Insekt. Ich hab so viel Fleisch einstecken. Ich müsste ein Lagerfeuer eigentlich bauen. Wir müssen mal ein Lagerfeuer bauen. Hallo, Camping. Ja. Kann ich eins bauen? Warte mal, was brauch ich? Äh, alles. Ich kann alles bauen, außer eine Wendeltrippe und ein Lagerfeuer. Äh, Stein. Mir fehlt ein Stein. Mir fehlt ein Stein. Ich baue. Ich baue schon. Ich bin schon dran. Los, Sklave, bau. Sonst schicke ich auf die Flantage. Auf die Flantage? Ja, auf die Flantage. Du besuchst eine Flantage. Ja. Ah, nein. Huch. Das wäre beinahe wieder schief gegangen. Lass mich raten. Du hast kein Holz. Bist du irre? Nenn mich Sid, Herr der Flamm. Was rede ich da? Ich bin nicht Sid. Was? Libelle. Libellen. Du wirst attackiert von Libellen. Libellenalarm. Schon wieder hinter dir. Libellenalarm. Na, da lass die Libellen. Bring sowieso nichts, außer Schittin. Das stimmt. Achso, ja, den Scheiß hier wollte ich mal wegschmeißen. So. Ach ja. Du wolltest ja sowieso noch am Lagerfeuer rumhantieren. Ich warte, bis ein bisschen Fleisch fertig ist. Ja, dann kann ich hier noch süffeln, at level hochbauen. Was holst du denn? Ich komme erst mal ein paar Bären rein und ein bisschen Rohholz. Rinde schmeckt so gut. Ja. Einfache Strotpatronung. Stimmt, wir müssen uns mal gucken, wie wir ein paar Waffen wollen, dann können wir mal ein paar große erlegen. Metallgeländer. Metallgeländer. Ah, ja, okay. Fabrikat. Fabrikator. Metallfeiltür. What the heck? Was? Stromkabel. Doch kein Hauptzimmer. Gerade Stromkabel. Stromgenerator. Was ist das? Hilfe! Was ist denn du? Ich bin ein Meter weiter gelatscht. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe gerade... Ey, wir können Stromkabeln machen, ne? Nee, bloß nicht. Wieso nicht? Dann klemmst du die wieder in die Batterie und damit die haben wir klauern, tust du mir wieder Strom einheizen, weil du wieder an meine Nippel klemmst. Hör bloß auf damit. Was glaubst du? Ja, weiß ganz genau, was ich meine. Jetzt tu nicht so. Die Leute können dadurch wissen, dass du saado mal so anmachst. Dass du so sadistisch bist. Was? Was? Alles klar. Okay. Alter, wollte. Ey, was ist kaputt gegangen bei dir? So einiges. Ja, Schmerz. Alles Lügen. Alles Lügen. Wer es abstreitet, mag es. Haha, so ist das eben. Ich bin überladen. Ja, nee, ist klar. Wie, seit wann können Sklaven überladen sein? Ich kann nie genug tragen. Anscheinend doch. Ich bin auch bald überladen, aber nur vom Fleisch, ey. Das geht gar nicht. Hier könnte man eigentlich wieder so ein Zwischenlager bauen, weißt du? Soll ich ein Lager bauen? Ja, kannst du denn? Ich kann alles. Schlafsack bauen und so? Ich erkunde mal ein bisschen. Dann sag Bescheid, wenn ich wieder zu weit weg bin. Dann komm ich zurück. Du bist bei 126, Schmied? Dann guck dann lieber mal selber drauf. Ich seh das nicht. Ab einem gewissen Punkt seh ich deine Namen nicht mehr. Wie oft soll ich denn ihr das noch erklären? Komisch, dass ich aber deinen Namen seh. Weil ich der Horst bin und du nicht. Ja, du bist der Horst, das stimmt. Da geb ich da recht. Ich bin der Horst, du nicht der Horst. Du bist der Horst. Du wirst und bist der... Bist und bleibst der Horst. Ah, was setz ich denn da jetzt rein? Oh, hier das Holz guckt. 15 Holz. Wuppdiwuuu. Also ich hab Lagerfeuer, ich hab ne Kiste hingehockt und nen Schlafsack. Die Bällen schwirren um dich rum. Ja, lasse doch. Hab ne halt eingeschissen. Was? Ah, ich könnte eigentlich, theoretisch gesehen, wieder Sperre herstellen. Bis zu 10 Stück kann man stacken, ne? Schade, dass man das nicht auch mit den anderen Sachen machen kann. Das Decken. Da ist ein Haupttaucher, Mann. Der braucht so lange zum Herstellen. Mach schneller! Alter! Ich wollte mir Ausrüstung schaffen und komme nicht dazu. Danke. Ich geb dir was ab. Ne, behalte den Scheiß. Ich weiß gar nicht, wie über 11 Stück. Wow. Brausen. Die Brustrausen noch. Gammelfleisch weg. Das weg. Das. Das weg. Ich hab gekackt. Was braucht man denn eigentlich zur Reparatur? Den gleichen Rohstoffe, wie zum Herstellen. Und Leder. Braust du was? Ich hab 300 Stück. Ich hab genug Leder. Ich schon hier noch Leder. So, dann können wir ja eigentlich nicht weitergehen. Fleisch loswerden, eh. Eigentlich können wir weitergehen. Da haben wir ja. Lass bruzeln. Er will ja kommen, ist vergammelt. Genau. Gammelfleisch halt. Es wär schön, wenn sowas auch auf der Karte eingezeichnet wird, weißt du? Ja. Ich sag ja, die Karte hier generell ist irgendwie voll für'n... Es bebt wieder die Erde. Was ist das denn? Mir ist kalt. Ah ja, nee. Ist klar. Alter, was seid ihr denn für Viecher? Wo bist denn du schon wieder? Ey, ich hab jetzt grad drei Sperre innerhalb von einer Sekunde kaputt gemacht. Ist klar. Ich bin hier auf der anderen Seite. Komm. Ach da. Ja. So, dann stell dich mal wieder Sperre her. Ich bin auf dem Weg. Ich bin am Herstellen. Ja, ja. Ich weiß. Das dauert immer. Da ist ein Riesendino. Ich seh den von hier. Ach so. Irgendwas ist im Dschungel los. Alter, da ist ein Baum gefallen. Was ist denn aus? Ist das schon komplett oder was hier? Naja, nur noch die Schuhe. Mir fehlt die andere Hälfte noch. Ich komme, ich komme. Keratin, der hat Keratin. Ah, gut. Wofür war Keratin jetzt eigentlich nochmal? Keratin? Oder meinst du Schietin? Ne, Keratin. Keine Ahnung. Ein widerstandsfähiges, flexibles Material kann in Hörnern, Panzern, Muscheln und Rücken können gefunden werden. Ist im Rohstoff. Was, mir ist seit langem mal wieder kalt. Im Wasser, ja. Ich muss mal echt, ob den Timer gar nicht im Blick, ey. Echt, nech, 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 nech. Da ist Sumpf. Das machen wir. Da kommt ein Dino gerade auf mich zugelaufen. Ja, das ist ein Parry. Lass den, der macht nichts. Boah, der ist lustig. Der tötet. Ey, wieso? Fünf Sperre. Ich habe jetzt fünf Sperre zerstört. Für was? Echt? Für nix. Ja. Sperre halten ja gar nix mehr aus, ey. Wollte ich jetzt gerade sagen, so macht man es und ich kriege trotzdem selbst eine Tint. Ich laufe lieber um den Sumpf rum. Ja. Ich wünsche dafür. Ich habe gegackt. Ich habe keine Lust. Wir müssen die Karte checken, wo wir sind. Nichts zu sehen. Normal. Ist doch nichts Neues mehr. Es dreht nichts. Hattest du eigentlich in der Base Fleisch in den Räucherofen gefahren? Das Ding ist voll mit Fleisch. Okay. Wenn Veganer kommen die Falltot um. Oder sie fressen das Gammelfleisch. Also theoretisch gesehen müssten wir, also müsste ich, weil ich habe ja schon fast alles, nicht gut gesehen werden von den Venus. Theoretisch gesehen. Was? Hier ist kalt. Hier ist kalt. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Entschuldigung, du warst auf einmal vor mir. Regen und Dunkelwärm sind eine perfekte Mischung. Ich sehe nichts, ich sehe nur einen Namen. Ich muss mal was essen. Ich habe so viel Fleisch. Weil ich auch noch scheiße finde, ist, dass man ständig die Sachen wieder neu ausrüsten muss, weißt du? Wenn es kaputt ist. Ja, außer du lässt es unten in der Leiste, also ich muss das nicht neu ausrüsten. Ne, ich meine die Ausrüstung, die Klamotten meine ich. Ach so, ja, das musst du dann wirklich neu ausrüsten, auch wenn die kaputt, auch wenn ihr die repariert. Was? Ja, und dann ist das voll bescheuert. Aber naja, das ist das Spiel halt. Was willst du machen, ne? Warum wird die Feldflasche nicht voll durchs Regen? Ja, das frage ich mich auch schon. Gerade bei dem Regen müsstest du 20.000 voll bekommen, so stark wie das immer pisst hier. Ja. Meine Flasche ist halb leer. Ja. Ja, meine auch. Oh, ein Wunder, es hat aufgehört zu regnen. Und wie urplötzlich es aufgehört hat. Ja, wir haben den Gott des Donners beleidigt. So, wird das jetzt dunkel oder wird es hell? Es wird dunkel. Es wird dunkel. Nämlich schon aus beidem E. Ah, hier ist schon wieder Sumpf, ey. Ich habe gar keine Lust drauf. Ah ja, ich habe ein neues Level bekommen. Okay. Auch gut. Was zur Hölle? Da war wieder ein Einhorn. Ja, ein Zebra. Ein Zeeebra. Ja. Lassen wir die mal machen. Oh shit. Ich will hier hoch. Wissen du? Ach du bist hier. Ich bin. Ja. Bist wieder aufgeploppt. Normal. Für jemals irgendwas mal was interessantes finden werden. Ne. Ich glaube es eher weniger. Hörst du das? Ne. Ich habe es gerade zwischen gehört. Hörst du denn echt nicht? Bist du taub oder was? Ich höre nur Fackeln. Alter, ich höre es die ganze Zeit zwischen hier in unserer Nähe. Wo bist du denn schon? Bestehst du immer noch darum? Ach ne. Nein. Anstatt wegzugehen von diesem Zischen. Nein. Du hörst du da eh nicht. Also ist da auch nichts. Ja also. Es ist voll gruselig. So hier. Guckst du über den Abhang und es ist zappend düster. Ja normal. Jetzt nur ein Uppercut machen bei einem und dann. Hui. Da fliegt ein. Ne komm wir her. Lass mal probieren bei dir ein Uppercut. Ne. Danke. Ich will noch erkunden. Wann machst du eigentlich Tormented Soul weiter? Oh wenn ich nachgeholt habe. Ich muss so viel nachholen. Ich komme absolut nicht mehr weiter. Weil mir die Ausrüstung fehlt. Beziehungsweise ich nicht genug Ressourcen habe um vernünftig weiter zu kommen. Ich verreck mir jedes Mal. Ja ja. Weil das ist eigentlich schon ein cooles Spiel. Was ist das selbst? Tormented Soul. Ja. Ja. Das mache ich ja auch. Wenn ich mal mehr Zeit habe. Ja wenn wir die 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 Schäbel ist abgearbeitet haben ne. Ja. Ja. Überleg mal. Jetzt. Jetzt. Jetzt ist. Oh da steht ein Dealer und. Oh er hat mich doch gesehen. Ach man. Was soll das denn jedes Mal. Der ist so klein. Es reicht mit einer auf den einsprügelt. Oh jedes Mal. Alter. Warum braucht meine Gesundheit mittlerweile so lange. So war's nicht da. Oh nein. Es tötet mich nur. Es tötet mich nur. Ey. Als ich geschlagen habe warst du nicht da wo das Vieh gestanden hat sondern weiter weg. Oh. Oh. Scheiße. Dein Oberteil ist glaube ich kaputt. Nein. Ich habe das falsche angezogen. Ich habe ähm. Aus Versehen ähm. So ist Fleisch gepressen. Es war wieder zu schnell unterwegs. Ach so. Oh. Oh. Was soll ich. Sollte Wasser. Äh. Ich sollte mal was trinken. So. Da ist schon wieder ein Kompi. Guck dir das mal an. Wo denn? Nicht töten. Nicht töten. Direkt vor dir. Hey mein Kleiner. Hey Johnny. Alter. Du hast mein. Du hast schon die zwei getötet. War nicht schlimm. Du bist voll ein Fiesling. Mir ist kalt. Ja ne ist klar. Du dankst mir irgendwann noch dafür dass ich den gekillt habe. Wieso? Weil ich den nicht durchfüttern muss? Was glaubst warum wir so viel Fleisch sammeln? Haha. Ah. Wolltest du den ähm züchten oder was? Erzähl ihm züchten. Der kommt von ganz alleine brauche ich nicht zehn. Ja. Der nascht aber auch ganz von alleine an dir rum. Na lass ihn doch. Ist ja genug Masse da. Steht halt auf weißes Fleisch nicht auf schwarzes. Organisches Polymer ist vergrottet. Aber wie viel hattest du denn? Noch eins. Noch eins. Ah. Okay. Gut. Also ist es nicht lohnenswert darüber zu reden. Weil ich glaub nicht dass dir das geholfen hätte. Oder? Nö. Nö. Absolut nicht. Nö. Nö. Mit einem Stück kannst du nix craften. Nö. 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 Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall bei 50. Dann bin ich gleich bei 49. Dir ist kalt. Ja ist okay. Spiel. Ich bin angezogen. Ich hab ne Fackel in der Hand. Die ist kalt. Guck mal Roboraptor. Mhm. Oh der sieht aber auch fett aus. Sogar zwei. Ach ne Quatsch. Das ist noch ein anderer Robo. Dino. Das ist so kacke mit der Fackel in der Hand. Aber du kannst nicht so weit vorsehen. Nö. Eigentlich müsste die Fackel hinter unserem Kopf sein. Man hält die ja auch immer seitlich von sich weg. Damit man mehr sieht. Ja. Na. Was soll ich da noch zu sagen? Realitätsnah. Mhm. Total. Hier ist irgendwas. Meine Fackel ist kaputt. Nice. Ist der tote diese. Brauchst du Zeug zum reparieren? Nee nee. Ich konnte die Fackel grad so noch reparieren. Okay. Mir läuft ein Dodo rum. Lass ihn doch. Der nervt mich. Danke. Äh nee. Hier geh ich nicht weiter. Hier. Geh ich nicht weiter. Geh ich nicht weiter. Hm. Ich kenn die Gräser. Nee nee nee. Es ist ja irgendwann habe ich die Karte aufgegeben. Hast du nur so dunkle Fleck weißt du? Alles. Das ist der Sumpf. Ich seh gar nicht seh wenn ich die Karte anmache. Es ist zu dunkel. Ach so. Die Folge ist übrigens vorbei ne. Als nächstes. So Freunde. Ja ist nicht viel passiert außer blödes Rumgelaber und Pikki Pocki und so. Pikki Pocki. Ja. Und The Burning Man. Ja. Und The Burning Man. Wie das ganze weiter geht. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Achtung. Hintern dir. Tschüssi Pocki. Tschüss. Tschüss.